Es ist eine noch junge, aber sehr schöne Tradition, das Städner Hirtenfeuer. Seit einigen Jahren kommen die Bürger alljährlich in der Vorweihnachtszeit beim Glockenturm im Zentrum des Heidedorfes zusammen. Gemeinsam singen sie Adventslieder und wärmen sich im Anschluss bei einem wohlschmeckenden Becher Glühwein. Der Glockenturm wurde 2013 dank der Initiative und großen Spendenbereitschaft der Ständer an dieser Stelle errichtet. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts stand hier über 300 Jahre hinweg eine Unterkunft für die Viehhüter des Dorfes. Dieses Hirtenhaus gibt der heutigen Veranstaltung ihren Namen.